Winter 2022. Deutschland in der Zeitenwende. Energiekrise, Inflation, Kriegsangst, Naturkatastrophen, Sorge vor dem Klimawandel. Der Alltag der Menschen ist von Konflikten und Krisen geprägt. Nichts ist mehr so wie es war. Was sind die schlimmsten Sorgen, die größten Ängste? Wie steht es um unser Miteinander? Was verbindet uns? Was trennt? Wie groß ist das Vertrauen in den Staat? Werden wir gut regiert? Und wie kommen wir aus all den Krisen wieder heraus? Darüber wollen wir sprechen. Ein Abend über Deutschland. Mittwoch ab 20.15 Uhr.